servus liebe world of warcraft freunde und willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute beschäftigen wir uns mit dem thema dragonflight und zwar hat blizzard neue bilder rausgegeben zu den rufern der draktir die neue spielbare rassenklassen kombination soll ja sehr 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 viele customization optionen bekommen genauer gesagt laut blizzard sind es 80 whatever eine zahl mit sehr 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 viele nullen wer weiß wie die bezeichnung dafür genau lautet kann es ja mal in die kommentare schreiben ich wüsste es jetzt auf anhieb nicht ohne zu googeln aber und das ist ganz cool blizzard hat ein paar bilder gleichzeitig zur verfügung gestellt darauf ist jetzt noch nicht alles zu sehen was wir anpassen können aber es gibt schon mal einen guten einblick und ich sag mal so leute die sich schon immer mehr customization gewünscht haben bei charts bei klassen und so weiter die dürften durchaus zufrieden sein wir starten rein gut hier nochmal der tweet eingebunden auf diesem bild haben wir die köpfe beziehungsweise schnauzen der drakt hier zu sehen und da fällt auf dass neben der farbe die hörner angepasst werden können die augen hier so was wenn man hier vergleicht eine art bad die schuppen hier oben um die augenbrauen variieren auch die das schuppen muster hier zum beispiel sind so streifen drauf hier ist es bei den anderen meistens gleich das ist anpassbar wir sehen hier am hals lassen sich auch noch so stacheln hinzufügen also es sind allein schon am kopf viele viele dinge die schnauzen formlänge also die hier ist deutlich kürzer als die wenn wir jetzt zum beispiel mal gucken die ist aber nach vorne der obere teil ist spitzer und länger als hier also da gibt es auch einige optionen die uns erwarten bin mal gespannt also ich bin ja normalerweise nicht so der fan oder was heißt fan mehr optionen sind eigentlich immer gut man verliert ja nichts wenn man mehr hat aber mir ist es meistens eigentlich egal aber in dem fall ich finde es vor allem cool dass man so viele verschiedene farben zur verfügung hat das sieht man auch hier nochmal ganz gut auf dem bild wo die trakt hier stehen was ja auch schon mal gesagt wurde ist dass man beim körperbau unterschiede machen soll oder machen können soll wenn ich nicht einen kompletten knick in der optik habe hat zumindest der trakt hier sieht obenrum an der brust etwas dünner aus als zum beispiel der hier ich finde aber immer noch da könnte es von mir aus auch ruhig noch ein bisschen mehr sein die sehen mir teilweise dafür dass es so drachen menschen etc pp sind jetzt mal frei übersetzt es ist mir immer teilweise noch ein bisschen zu schlank wenn ich ehrlich bin und was cool gewesen wäre wo man jetzt glaube ich nichts sieht ist bei den flügeln da wäre es fände ich auch nice gewesen vielleicht kommt da ja noch was wenn wir da wenn ich die grundlegende form ein bisschen verändern können ob jetzt da unten diese dinge heraus kommen und hier das würde mir spontan noch einfallen dann haben wir hier auch nochmal ein bild ihr könnt eure trakt hier ohne rüstung anzeigen lassen wie eben auf den bildern gesehen und ihr könnt den rüstung anlegen was mir hier auffällt bei dem und vor allem dem hier dass die hellmodels ein bisschen teilweise anders gestaltet sind das sind so kapuzen wie sie auch schon im spiel gibt aber diese form ist relativ unik nicht dass es nicht auch klassenhelme oder helme gibt wo das kinn bedeckt ist und dann augen und so weiter etwas mehr ausgeschnitten hier fällt es aber etwas mehr auf weil die schnauzenform halt einfach länger ist ich bin mal gespannt ob das jetzt vorgefertigte rüstungen sind so sieht es zumindest für mich aus weil die auch alle so farblich abgestimmt sind oder ob wir beispielsweise auch eigene rüstung anzeigen lassen können weil das würde sich anfangs für mich so an wenn ich das jetzt aber sehe könnte ich mir auch durchaus vorstellen dass es nur x optionen gibt in sachen rüstung die ihr anzeigen lassen könnt und den rest sieht man nicht was man hier auch noch erkennen kann ist dass man am schwanz verschiedene darstellungsformen wählen kann zumindest die hier unterscheidet sich von denen das scheint dieselbe zu sein wie hier bin optimistisch dass da noch ein paar coole sachen auf uns zukommen und ich persönlich freue mich sehr drauf auf die drakt hier ich finde auch vor allem hier die ganze farbpalette das finde ich sehr sehr nice ich glaube am besten gefällt mir das schwarz das und ja durchaus das hier die dunkleren töne gefallen mir sehr sehr gut aber auch das weiß sieht ziemlich edel aus könnt ihr mal in die kommentare schreiben was euch am besten gefällt von der farbe her und worauf ihr euch bei der customization am meisten freut ich bin gespannt damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video wenn euch dieses video gefallen hat sehr gerne ein like und ein abo da lassen damit unterstützt ihr mich enorm und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin reingehauen bis zum nächsten Mal wieder 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 bis zum nächsten Mal wiederum Bis zum nächsten Mal.